Okay, okay, passt. Gutes Wissen. Gutes Wissen. Gutes Wissen. Ah, da sind schon wieder welche ausgebüxt oder was? Ha! Gibt's auch nicht. Aber ich hoffe, dass ich da jetzt dann langsam ein bissel kloppt werd von unserem Chef, gell? Also, das geht einmal sonst gut nicht. Da hab ich schon ein bisschen... Uh, Pullenball. Ui, das geht nicht vielleicht. Ha! Geht dann vielleicht nicht gut enden. Na hallo, Chefi! Mir fällt noch so, mir fällt noch. Da wird auch gut passt. Die müssen wir jetzt endlich sehen. Nee. Uh, sehr gut. Also, so schnell wie möglich wahrscheinlich von A nach B fahren. Nehme ich mal an. Mhm, mhm, da haben wir gleich mal eine. Also, bei der Familienkutsche könnte es hier vielleicht sogar mehr ausgehen. Will ich jetzt einmal sagen. Könnten wir mal ausprobieren. Schau nur am besten wie ich gleich vor. Also, am besten gleich geradeaus und dann links. Oder, na. Besser zurück und dann rechts. Besser da gleich eine und tschüss. Wird schon passen, man. Wird schon passen. Wenn man so 3 mitten... 3 wird sicher gehen. 3 wird sicher gehen. Ich tue aber trotzdem für alle Fälle markieren, was der aufdeppert. Fuck. Ähm, Luther? Wieso habe ich das Gefühl, dass das jetzt in jeder Mission so abgehen wird? Ja. Ja. Überhaupt. Ich glaube ich nehme anderes Fahrzeug. Mhm. Wir nehmen definitiv ein anderes Fahrzeug. Es hat so eine Pfeilverbeinung mit den Looten jedes Mal. Alter. Als nächstes hat sich denn noch Baby-Prox-Bergak gehört oder sonst was. Na lag mich im Arsch. Hammer. Das war anscheinend doch nicht so geplant. Ja Taxi-Business, was ist das, oder? Taxi, zahlen besser, was ist das? Zahlen besser. Man, Fahrt, oder? Gibt Zeiten da. Problem ist, was dazu ganz genau wieder hinfahren sollt. Ja, fahr mal lieber so, fahr mal lieber so. Davor das Auto gleich hin ist. Aber jetzt ganz schnell. Aber jetzt ganz schnell. Sehr gut. Einfach geradeaus, passt. Weißt du, ich muss immer wieder ein bissel abchecken. Immer wieder ein bissel abchecken, wo die nächste Note ist. Und da müssen wir eh aber, glaube ich, schon zum Ball. Ja, geht sich da nicht mehr aus. Und die Qualität unserer Schoen. Oder das hört sich einfach in den Koffer rein. Das ist wie jetzt. Ich glaube nicht, dass wir so viele mitnehmen können. Dürfen. Probieren wir sowas. Ich glaube aber nein. Ich glaube aber nein. Ja, das war mir klar. Das war mir klar. Das war mir klar. Heißt, die Polizei macht einfach nichts. Interessiert ihn einfach nicht. Alles klar. Ja. Machen wir genau die Kurven. Aber scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Machen wir genau die Hurens Kurven. Aber was soll's. Nicht, dass sich die Mädels da irgendwie ein bisschen wundern, wenn da vielleicht mal der ein oder andere hieß. Nicht, dass die scheiße raucht. Ich meine, das war schon wie der Ärgste gestörte. Leider ja. Leider ja. Aber wenigstens gleich die Nächsten in der Nähe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo muss denn da überhaupt ein... Ja, ich glaube, ich war schon. Ich glaube, ich war schon. Uh, die Mission habe ich auch schon mal gemacht. Ja, an die kann ich mich noch erinnern. Ich bin mir nicht sicher. Mädels. Tschüss, Baba... Okay. Okay. Hey, Notte! Jetzt sagen wir mal nur her. Ja, am besten eh geradeaus. Passt, passt, passt. Und ich überhaupt neu einsteigen? Jetzt ist die kleine... Irgendwie... Da was fällt oder irgendein Ärmel oder sonst was. Weißt eh, wie kalt ich da bin. Bis teppert. Wahrscheinlich sogar noch einer ihrer Besten. Super. Ja, gleich hier auch noch. Ja, gleich da bin ich auch noch abgeschnitten. Ja, war aber jetzt schön. Ja, bis teppert. Haha. Ich... Oder... Interessante Farbe. Ja, ja, gelb, oder? Statt braun. Vor allem, aber bitte, wenn ich alle... Alle bringen muss. Bis du teppert. Pff. Da fehlt dann schon die Zeit. Dafür fehlt dann schon die Zeit. Aber so sexy wird doch womöglich sein. Ja. Zwei wird zwar... Weitere zwei wird sich, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Weitere zwei werden sich sicher nicht mehr ausgehen. Aber probieren wir's. Probieren wir's. Voller Hoffnung natürlich. Voller Hoffnung. H Ana trinken gehen. Hopefully, doch. Ok. Geht dazu. Geht dazu... Geht dazu zum Business. Haha. Gehen wir wieder weiterfahren. So gehört sie' so, gehört sie' so. So, wie fahren wir am besten? So. Einmal nach links. Und dann einmal nach rechts. Einmal komplett bis zum Ende. Ausgehen wird sich das nicht. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Geht er zu, geht er zu. Boah, ich weiß nicht, wie knapp das sein wird. Könnt ihr aber ausgehen. Wie fahren wir am besten, wie fahren wir? Links, also rechts, links, rechts, klar. Ja, ja, perfekt, 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 perfekt. Oh, das kentert sich. Nein, so nicht. So kann sich das nicht nie und nie mehr ausgehen. Steppen da ins Auto. Ja, es geht, es geht, es geht, es geht. Safe, safe, safe. Oh, eine gute Partie. Steppen, das bringt Brötchen. Das bringt Brötchen. Schmeckt. Wenn sie dann langsam mal so nach vortanzen. Hä, 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 hä. Ey, Nutten! Wie man anscheinend relativ viel mit Nutten zu tun. Wir sollten sich lieber eine eigene Bude aufbauen. Mit Nutten. Hä, hä. Ich glaube, ich stehe auf das Wort Nutten. Ich denke, ich werde jetzt auf die Bude laufen lassen. Hooppaaa! Hoopaoppa-Hoppa! Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin immer gespannt. Oh, die Mission Bären hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Ich bin ein Ninja.